Auf jeden Fall hätte ich es nicht geglaubt. Ich bin mit der Erwartung hier reingegangen, den großen Preis, dass mein Pferd super springt. Das wusste ich. Wenn ich gut reite, dass ich eine Chance habe auf Null. Und dann waren wir Null. Mein Pferd ist ein richtig grundschnelles Pferd, auch im Stechen. Ich hatte einmal Glück am drittletzten und den letzten Wort ein bisschen groß, aber dann kämpft er einfach so mit. Das war Wahnsinn.